Heute zeigen wir euch den sehr leichten und trotzdem stabilen Single-Tank-Adapter von Tecline. Er ist komplett aus Aluminium gefertigt. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Um seine Ausrüstung möglichst leicht zu gestalten und zum Beispiel Fluggepäck zu sparen, ist es immer wichtiger, leichte und trotzdem stabile Komponenten für seine Ausrüstung zu finden. Eine Variante ist der komplett aus Aluminium gefertigte Single-Tank-Adapter von Tecline. Der Aluminium-Adapter ist dabei an Trazidfarben eloxiert. Damit ihr möglichst viele Befestigungsmöglichkeiten habt, weist der Single-Tank-Adapter insgesamt fünf Löcher auf. In der Regel werden diese beiden und diese beiden benötigt, je nachdem, wie ihr es an eurer Backplate montieren wollt. Dadurch könnt ihr auch etwas variieren in der Lage eurer Flasche, indem ihr sie etwas höher oder etwas tiefer nehmt. Standardmäßig werden diese beiden Schlitze verwendet, um die Flaschenspanngurte zu befestigen. Wenn ihr sogar drei Flaschenspanngurte benötigen wollt, hättet ihr hier noch eine dritte Anbaumöglichkeit. Grundsätzlich sind zwei Flaschenspanngurte völlig ausreichend. Schauen wir nun, wie leicht der Single-Tank-Adapter nun wirklich ist. Die Waage steht aktuell auf Null. Der Single-Tank-Adapter wiegt somit 300 Gramm. Dies ist sehr wenig für die Funktion, die er zu erfüllen hat. Verglichen mit einem Edelstahl-Adapter könnt ihr hier sicher um die 200 bis 300 Gramm an Gewicht einsparen. Damit ihr den Single-Tank-Adapter auch mit eurem Wingsystem verbinden könnt, werden Edelstahl-Schrauben mitgeliefert. Ihr bekommt also ein komplettes System, an dem ihr nicht weiter herumbasteln müsst. Mit seinen nur 300 Gramm ist der Techline Single-Tank-Adapter aus Aluminium ideal, um Fluggewicht zu sparen. Einen Link zum Produkt findet ihr unten in der Infobox. Für mehr Tipps und Informationen rund ums Tauchen, abonniert doch einfach unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.